Noch fünf Minuten, gerade schon. Noch eine Minute. Die Prüfungszeit ist zu Ende. Bitte bringen Sie die Bögen doch nach vorne. Ja, was wollen Sie mit dem Zill? Die Zeit ist lang vorbei. Sie sind dort voll. Wissen Sie, wer ist dünn? Na? Wissen Sie eigentlich, wer ist dünn? Das habe ich doch schon gesagt. Nein, passt. Wissen Sie, wer ist dünn? Wissen Sie, wer ist dünn? Wissen Sie, wer ist dünn? Untertitelung des ZDF, 2020